Willkommen zum absoluten Höhepunkt dieser Show. Gentlemen, Samt, von Annensangeln. Ich möchte mich aber zuerst noch kurz bedanken. Bedanken bei Wofa, dass ich hier herkomme. Es ist ein riesiger Essay, dass ich das hier herkomme. Und es ist mir riesig gefreut, dass auch Zürcher und Zürcher, die hier hervon sind, die einfach rausgeflogen haben, um die Redner so gut bereit zu machen. Und vor allem, was man sicher muss sagen, ist die Organisation hier, die ist abhandelt, im Vorfeld. Es ist alles organisiert zu sein. Bitte in der Falle von euch sind wohl fremd, recht recht gut heraus. Dann möchte ich das Nummer länger verlängern. Ich mache Mini-Champion, Vize-Champion und Menschenhonorable. Und dann möchte ich noch kurz einen Kommentar geben, zu meinen drei. Die. Und zu den Chatten, die machen, bittet ihr fünf, sechs Sender, Zürcher zu unterstützen, und Freie zu klatschen. Applaus 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 Ich bin der Welt der Wunder von den Eidigen und Orang. Jetzt hat man die Eindel in die Eindelhand. Wenn Sie den Eindelstrom nicht ausbrechen, wenn Sie die Vorderung ausweist, an der Enderzeit. Aber ich bin extrem, glattlich, extrem reich in Bege. Das ist der Grund, wieso ich drüben so ein Sturm und bin hier in der Nähe. Drüben, ich habe einen Applaus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und sehr sehr, was wir noch haben. Danke für den Abend. Vielen Dank. Das ist mir auch nicht noch ein St été mit ihm. Ich bin sicher dass wir es schon darüber in einer Eindelung wobei eine Entfernung zwischen unserem Sturm. Vielen Dank.